So, willkommen zurück zu The Universum. Wir spielen den Sky High Patch und dummerweise habe ich in der letzten Folge erst festgestellt, dass ich die ganzen Farmen, beispielsweise die ich bemannt habe, alle noch aus habe. Zack. Genauso war es mit den Steinraffinerien. Holz ist nichts bemannt. Stein, Stein, Stein. Steinmine und Raffinerie. Hier sind Arbeiter drin, hier sind Arbeiter drin. In der Steinmine hier sind keine drin, deshalb brauche ich die nicht anmachen. Okay. So, jetzt sollten Steine produziert werden. Die Wetterstationen sind bemannt. Feuerwehr müsste auch alles bemannt sein. Oh, verflixt. Hoffentlich war das jetzt nicht zu spät, dass die noch was anbauen können. Verarbeitet Stein, super. Geht zur Steinraffinerie. Okay. Sehr gut. Dann können wir hier in die Holzraffinerien aber auch schon Leute stecken. Was hätten wir denn da noch über? Holz. Wir haben einen Apfel. Ähm, scheiße. Und dich. Arbeitet. Wahl gestartet. Moment, da müssen wir schnell, bevor es irgendwie wieder ein Unglück gibt. Waffen, nein. Waffen, nein. Religiöser Fokus, nein. Essen für alle. Nahrungsverbrauch verdoppelt. Dann nehmen wir religiösen Fokus. Auch wenn ich Nullwert drauf lege. So, hier machen wir an. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Da und da. Keine Schichten. Ähm, wollen wir hier in Sägewerken schon Leute reintun? Wir haben mehr wie genug Holz. Zur Zeit. Ja. Fleißig. Und. Einfach. So. Geht Lernen. Von mir aus. So, nächstes. Holzfällerlager. Und. Fleißig. Und fleißig. So. Dann machen wir hier auch noch ein paar fleißige Bienenschönnereien. Hm. Haben wir nicht mehr? Doch, hier. An. Das war auch an. Oh Gott, oh Gott. Religiöser Fokus, fetter Vorsprung. Sehr gut. Nahrung, 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 wird alles. Komm, jetzt hauen wir die nächsten Forschungen durch. Das haben wir auch schon. Das haben wir alles. Das haben wir alles. Rehabilitationszentrum haben wir. Ministerium für Ingenieur haben wir auch schon. Datenbanken gibt's nicht. Verbesserung von Restaurants und Farmen. Medizinische Erleuchtung wäre. Verbesserung der Krankenhäuser. Penicillin. Friedhöfe. Mittelalterliche. Gut. Äh, wir könnten wieder massig Leute verheiraten. Wir haben wieder super. Moment, wir machen erst einmal Party. So, und jetzt wird geheiratet. Du, und du, du, und du, ein Sturm kommt. Nein, das ist ein Feuer. Gott sei Dank. Der Sturm hat noch Zeit. Blau und Pink. Ähm, was sind zwei Pinke? Da hinten ist noch Blau und Pink gemischt. Blau und Pink. Blau und Pink. Wir müssen jetzt einfach weiter Leute verheiraten. Egal ob sie Zeit und Lust haben oder nicht. Hoffen, dass sich unsere Nahrung irgendwie wieder fängt. Blau. Ach komm, da ist doch irgendwo jemand. Pink ist da. Da ist wer blaues. Pink. Und blau. So, wir müssen weiter Leute verheiraten. Äh, blau. Blau, blau, blau. Völlig egal, was für Vorteile die haben. Wir machen, wir machen eine Feier. Was hatte ich jetzt hier hinten? Blau. Pink, pink, pink. Da. Na. Blau, blau, blau. Okay, ich, ich, doch. Da hinten sind irgendwo Pink. Okay. Okay, wieder ein paar Leute verheiratet. Alles gut. Starker Wind. Okay. Okay, okay. Oh Gott. Ich glaube, die Oma ist schon wieder in Schockstarre. Anzahl der Kinder keine. Oma, oh je. Halte durch, Oma. Oder gibt es schon wieder ein anderes Problem? Irgendwo ist Feuer. Ist das das Gehupe wegen dem Wind? Oh, verdammt. Ich weiß gerade nicht, was euer Problem ist. Pink und blau. Pink und blau. Blau und pink. Das muss schon wegen dem Sturm sein. Pestizide und Dünger erforscht. Pink. Wer ist von euch hier der blaue? der Pink und blau. So. Jetzt machen wir auch einen Alarm komplett an. Bringt euch in Sicherheit. Gucken wir mal Seite 1. Heilung. Trink dich in Sicherheit, Frau. Fräulein. 79 ist echt auch nicht besonders gut. Wir haben schon 300 Bevölkerung jetzt wieder. Das dürfen wir nicht versemmeln. Alarm, Alarm. So, ihr geht zumindest schon mal in den Bunker. Das ist doch eine gute Idee. Alarm, Alarm, Alarm. Hier immer rein mit euch. 72 Komm, weiter, 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 69 Aua. Du, du, du. Alle in den Bunker. Ab. Bringt euch in Sicherheit. Meine Güte. Nochmal. So. Tatü, tada. Bringt euch in Sicherheit. Sicherheit. Ja. So, und weiter geht's. Cachilla. Wo bist du denn? Medizinische Erleuchtung. Forschung geschafft. Meine Güte. Okay. Ich glaube, der Sturm ist zu Ende. So, dann freut euch des Lebens. Oh je, oh je. Stärke. Stärke. So. 54 Darf ich einige. 54 geht. Das ist alles noch noch gut handelbar. so. Tütütüt. Totorhaus. Fertig. Okay, Strom reicht alles noch. Von daher ist das in Ordnung. Nahrung. Da, 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 da. Nahrung haben wir im Moment auch noch. Moment, hier ist ja noch einer. So. Schön, wenn sie in die Krankenhäuser laufen. Ich kann ja nicht überall zur Stelle sein. Ich kann ja nicht überall zur Stelle sein. Da, 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 da. Komm, sowas ist auch geheilt. Ähm, ja. Ja, ein paar Pflanzen gehen ein. Kann passieren. Kann passieren. Oh Gott, die sind alle noch mit 54 unterwegs. 83, komm, 54. Hier bewegt euch alle, deshalb alles wunderbar im Moment. Also, wie sieht's bei dir aus? 54, du hast auch geheilt. 64, du bekommst auch eine Heilung. Ja, meine Pflanzen verdorren. Dorren ist, ist okay. Habe ich kein Problem mit. Das war eh mein Fehler. Dass ich das so spät gemerkt habe. Äh, wo sie die möchte handeln. Das klingt ja natürlich gut. Die können wir aber dummerweise Keine Nahrung geben. Okay, dann bekommt ihr Holz. Machen wir mal 66. Steine. 33. Heilkräuter. Wobei das nun halt, die sind so absolut auf meiner Seite, die brauche ich jetzt mit Handeln eigentlich nicht bezürzen. Okay, wir haben Winter. Wir haben Winter. Wir Nein, wir wollen nicht heilen. Wir wollen verheiraten. Pink, pink, pink. Alles pink auf der Seite. Hier ist eine schöne Mischung. Blau. Und wo ist der Pinke nochmal hin? Da ist jemand pink. Da ist jemand blau. Und hier ist jemand pink. Hier ist jemand pink. Da ist jemand blau. Hier ist jemand blau. Da ist jemand pink. So. Pink und blau. Äh, blau und pink. Alles blau, alles blau. Pink. Und blau. Bam, bam, bam. Meer. Blau, blau, blau. Niemand mehr pink hier in der Nähe. Okay. Erstmal niemanden weiter verheiraten. Dann würde ich denken, ich mache jetzt Pause und speichere die Folge ab. Und ich hoffe, die sterben jetzt nicht alle. Also dann, tschüss, ciao, bye bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020